Herzliche Grüße aus New York. Ich wollte Ihnen ein bisschen über den Schlusskonzert im diesjährigen Festival erzählen. Es findet am Sonntag 17. September statt auf ARG in der Fürther Straße. Dieses ehemalige Industriegelände ist jetzt aus dem Konzertquartier gebracht und dort bieten sich tolle Möglichkeiten für Konzerte an. Wir haben den O-Chun zweimal gespielt und beidemal fanden wir die Atmosphäre genial für Konzerte mit guter Stimmung und tolle Applesien. In der ersten Hälfte Werke aus Amerika und Russland. Aus Amerika Charles I ist unbeantwortete Frage, die unangenehmste Frage für Trompete. Danach von Sophia Goubaidoulina Hommage a TS Elliot. Interessante Vertonungen von Dichten von TS Elliot, Sopran und Octet. Und nach der Pause fahren wir zu meiner Heimat England und spielen die Werke von Elgar, seiner Serenade für Spreiche. Und zum Schluss von William Wulton das kabarettmäßiges Stück Fassade. Die sind Vertonungen von Edith Sitwells Wunsinnsgedichte für zwei Sprecher und ein kleiner Jazzband. Untertitelung von Dichten. Untertitelung von Dichten.